ich bin noch draußen genau es ist huntress ein lullaby lullaby wo laufen die alte schnepfe rum wow schnepfe krass 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 hätte ich nicht von ihm gedacht schnepfe ist ein vogel könnte auch sein dass sie jetzt gerade gestern erst 1000 euro an eine gemeinnützige organisation gespendet hat heute morgen von sechs und bis gerade eben geholfen hat beim so essen austeilen für obdachlose setzt sich jetzt hin macht ihre erste ruhe und du so die schnepfe wo ist sie jetzt ist das ein grund gut grundlegend guter mensch nicht so ein wixer wie du liegender menschen ja ich gehe davon aus weil sie spielt huntress nur gute menschen spielen huntress parzival im chase aua welche seite spielst du gerade draußen ok perfekt ich sehe dich kommen ich werde definitiv nicht für dich denken brauchst du auch nicht mich kriegt der macht von tausend brennenden sonnen bin ich tot sie hat mich gesehen sie hebt mich auf sie geht ins main building da brauchst du nicht sabotieren aber danke du hast gewählt sehr viele sehr viele hat sie will dich sie will zu dir doch nicht sie guckt da nur rein in den raum dreht jetzt wieder um geht jetzt hoch wo ich kann mir jetzt von oben an ja tritt jetzt den gen oben im main building kommt wieder zu mir guckt mich an zieht die axt und hält auf mich drauf die würden das main dinge nicht verlassen oder vielleicht weiß ich nicht aber die wird das main building nicht verlassen also die die doch mich und wo ist sie denn steht oben ab dich kommt sie her jetzt du sie anhocken sie will sowas von tunnen die tunnel so hat rein wirft trotzdem daneben und ich habe wir tun das schreien mensch mensch ok parzival jetzt geht's los das heißt über morgen kommt die singularity mit die gabriel mit 69 pols ist es sagt und ein geileres wurde weil man sich darauf echt schwer aus okay das sind zwei mal dauern für zwei trends das geht sich nicht aus natürlich geht sich das nicht aber das ist aber das ist ja es sind drei stück hier ist super dumm die kommt wird sofort ins main und wird dich hauen download und den ax hinterher und jetzt müsst ihr jens pushen freunde wenn passbar überleben sei muss jeder jens machen ja das stimmt maximal einer im chase ballern 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 es muss jetzt knallen keiner holt in der passivale runter denn zwar nur dann kann er überleben es hat geknallt papus da und sie haben sie hatte die zwei generatoren im main building ich bin ich bin praktisch über das war ein starker hit auf der hallo kart das ärgerlich so wird das trade nämlich schwieriger ich kann mich nicht heilen wenn sie noch mal hoch geht geht und opfer mich dann die kann ich nicht gut werfen ich komme zuerst mal ein bisschen weg wirklich weil ich gebe die wappen also ich muss noch da hinten ins haus aber überleben weil die müssen ja ich habe ich habe aggro ist gut hat sie die map geworfen kann man werden hochhalten ne ich kann mich selbst sagen sie ist weg von mir weg von mir weg von mir sie ist bei mir sie kommt mir wieder hinterher sie ist main und sieht mich sie sieht mich dann bin ich oben drauf sie haben wir können überhaupt nichts machen sie dann machen andere jahre am ende einer fuß hat davon gemacht werden doch weil von beiden müssen zwei jahre am ende danke danke ja bei der dritte man ja sich in der bibliothek wenn er in der bibliothek ist kann sie nicht alles ab das ok kommt ihr zu mir dann bleibe ich hier am gen macht den fertig sie bleibt hier ich springe last second ab sie steht hier erst mal ja das ist doch gut ich mach draußen den generator du hast kein adrenalin ne? ja alles gut ach so du kannst ja eh nicht abspringen und dann full life sein das stimmt flirt rollt rein ne flirtinted wie ein kleiner kaspersky nutzer parzival wo ist dein gen? draußen draußen äh unten oder oben? ne unten der Gartensinn ok dann komm ich da gleich hin sie wird nervös sie wird langsam nervös sie ist so nervös sie kämpft wir sind jetzt zu dritt am letzten gen das wird nix für sie die Hand muss kein einpacken wenn ihr keinen Spielcheck failst ja ich hab meine Hand nicht mal raus da sind wir noch main jetzt geh ich mal runter vom Marken sie kommt vorne raus vorne raus zu euch wir ziehen durch Jungs keine Schwäche zeigen kommt nicht zu uns ja sie ist wieder zurück in den main rein gekommen und zu zu das ist natürlich ungünstig gewesen das ist natürlich ungünstig gewesen oh sie spielt nöd ich hab nöd gefunden achso du hast nöd auch gefunden perfekt ja herrlich wir haben nöd wo ist sie ja genau sagen würde ich sagen ja sie ist main jetzt keine ahnung jetzt kann sie zu dir kommen mit vollem Hass hinterausgang 60% hinterausgang 60% hinterausgang offen hinterausgang offen machen wir machen wir machen wir machen wir machen wir und ich blende dich nochmal frei das war so klar ähm ja und Papo sabotiert den Hook da machen wir machen wir das war so klar ich dachte der Ausgang ist weiter weg ja sie ist da Papo ne da nimm mal auf zu kommen ja ich weiß was sie beim Busel warte was sie wirft gerade alle ihre Äxte weg sobald alle Äxte weg sind und jetzt kannst du runter jetzt kannst du einfach gehen ja hat sie gut gespielt muss man ja lassen das war wirklich stark von ihr also stark Intention auch Intuition nicht Intention ja aber real sure Deli ist so krass gegen den Camper ja ok dann hängt er halt 30 Sekunden länger dann mir doch egal ich halt die mit der Axt einfach drauf dann springt er doch selbst das ist aber ein wildes Bild was sie da gespielt hat Bambusel Nöd brutale Stärke und Iron Maiden ja ok vielleicht random vielleicht random hat sie damit ja bekommen stimmt ja stimmt hast ja recht dann war es wohl meiner gleich also ja